jetzt für euch im test eine funke lufthäuler vergleich hat mir alle funke lufthäuler geholt die normalen lufthäuler die lufthäuler in rot dann haben wir hier noch die silberknisterheuler und die funke silberheuler wir fangen an mit den normalen lufthäuler von funke jetzt die lufthäuler in rot jetzt haben wir hier die silberheuler und jetzt zum schluss noch die silberknisterheuler jetzt mein fazit zu den ganzen lufthäulern also ich muss echt sagen sind wirklich richtig schöne teile erinnert an frühere zeiten und ich hoffe sie bleiben uns noch lange erhalten